Der Inzidenzteufel reitert wieder, die rudimentären Restbestände der frühpensionierten Merkel-Regierung bereiten die neuerlichen Verschärfungen wieder vor. Der Deutsche gehört in den Kerker, in das virologische Wintergefängnis, denn die Zahlen steigen, die Intensivbetten werden wieder einmal knapp. Das gesamte Volk sieht sich mit dem Untergang konfrontiert und dabei waren die Deutschen so brav, so demütig und willfährig. Immerhin 66,9% haben sich beide, manche sogar den dritten Stich geholt. Denn die Impfung versprach das Ende der Pandemie. Der Stich, die volle Immunität, Pfizer, Moderna und Co., die vollkommene Unbesiegbarkeit gegenüber der Fledelmausseuche von Wuhan. Der Stich sei ein Akt der Solidarität gegenüber der gesamten Bevölkerung, sprach die Politik. Und heute wissen wir, auch die Geimpften geben das Virus weiter. Auch die Unbesiegbaren liegen im Spital. Auch die Vollimmunisierten brauchen ein Intensivbett. Heute, am 5. November, exakt vor einem Jahr, verzeichnete Deutschland, kein einziger Bürger war damals geimpft, exakt 22.561 Neuinfektionen. Nun ein Jahr und 55,5 Millionen geimpfter Deutscher später, verzeichnen die virologischen Zentralanstalten der Angst und Panik exakt 33.949 Neuinfizierte. Für die mathematisch Unbegabten in der Politik bedeutet das, dass trotz des Alleinmittels sich mehr als 10.000 Deutsche mehr allein am heutigen Tag infizierten. Als vor einem Jahr. Die Delta-Variante sei dafür verantwortlich, machen die Freventionisten Spahn, Merkel und Co. den ersten Schuldigen des Debugels aus. Die Delta-Variante sei hinterhältig. Die sei der wahre Grund für die Unberechenbarkeit der Pandemie. Daher sei der dritte Stich notwendig. Und alle, die bereits zweimal ihre nackten Arme unter Zwang ausstreckten werden, wie überraschend, gesundheitspolitische Bürger der zweiten Klasse. Wenige Wochen noch und die einst Vollimmunisierten sind auf demselben Stand wie die Ungeimpften. Aber wer garantiert, dass der dritte Stich die Delta-Variante besiegt, wenn die ersten beiden Stiche schon für Hugo waren? Ja, das ewige Viren-Mikado. Keiner kennt sich aus, die Wissenschaft relativiert sich wöchentlich. Selbst die Politik widerspricht sich täglich. Aus Schaden wird man klug, möchte man meinen. Und dennoch macht die Politik auch nun wieder denselben Fehler. Man setzt auf das Wunder Lockdown, auf Zwang und Bevormundung. Dabei hätte ein gesundes Gesundheitswesen vollkommen ausgereicht.